Ja, weißt du, David, die Schlierenzauners und die Morgensterns und die Koflers, die haben wir alle nahe so lang. Aber den David Zauner, den haben wir nicht so oft. Den nehmen wir nur, wenn er es sich richtig verdient hat. Gratulation. Dankeschön. Danke. So, und jetzt muss man natürlich nicht fragen, wie zufrieden du bist. Du strahlst da wie ein Honigkuchenpferd. Was ist der neue David Zauner? Hat er jetzt einen Wechsel zwischen Risiko oder eine Mischung zwischen Risiko und Vernunft? Ja, ich denke, die ganze Einstellung nach den ganzen Verletzungen, die es waren, haben sich total geändert. Es ist nicht mehr so auf Leistung gedrillt, sondern es ist mehr so, wie soll ich es am besten ausdrücken? Ich bin froh, dass ich Skispringen kann und alles, was jetzt sportlicher vorgekommen ist, ist einfach Zugabe und das ist für die harte Arbeit belohnt wir. Mit welcher Einstellung oder Erwartung bist du denn nach Lelahmer gekommen und dann jetzt hierher nach Haarau? Was hattest du erwartet? Also ich habe gar nichts erwartet. Ich habe zwar gewusst im Training, also im Herbst, wo ich noch mit der Mannschaft trainen habe dürfen, dass ich sehr gut dabei bin, dass ich da mitspringen kann mit den Besten. Aber so sportliche Ziele oder Platzierungen habe ich mir eigentlich gar nichts vorgestellt. Also ich wollte einfach drauf losbringen und in Lelahmer habe ich dann noch von Lelahmer auf jetzt ein bisschen umgestellt von Matrale und das scheint wieder gut zu funktionieren. Ja, mein lieber David, aber das müssen wir jetzt natürlich ändern mit den Zielen. Das geht jetzt nicht so weiter. Jetzt kommen Ziele. Also ich habe, wie ich schon gesagt habe, ich bin froh, dass ich Skispringen kann und dass ich gesund bin und gesund bleibe. Und alles, was sportliche Ziele kommen, das wird sich jetzt sagen. Also ich bin zwar ein guter Ding, dass das funktionieren wird, aber wie gut, weiß ich nicht. Hat dir schon jemand gesagt, dass du morgen in der Mannschaft springst? Nein, hat noch keiner gesagt. Also ich bin gespannt. Aufstehen dort der Trainer. Ich bin sehr froh, dass ich überhaupt ein bisschen Vertrauen geschenkt kriege, hoffe ich an die Trainer, dass ich in Deutschland dabei sein darf und es war schon ein schönes Gefühl und jetzt bin ich gespannt, was morgen ist. Toll, toll, toll. Danke.